Wir sind nur Dreck und nichts als Krieg für die Milliarden-Pharma-Industrie. Deshalb legt uns alle mal am Arsch ab in die Hölle. Der Wahn nimmt Elig weiter seinen Lauf, tritt's alle die verschissenen Sklaven, was genau? Ihr freut euch doch, dass ihr den Maulkontraktum fahrt zur Hölle. Zeuno-Wissenschaft! Zeuno-Wissenschaft! Fick dich, Melinda! Fick dich, wildverdammter Scheiß! Big-Pharma-Oberkind! Du aufgewirrt, alter Psychopath im Nerden! Du wirst uns zahlen für deinen Meta-Pharma-Industrie. Für deine Korruption und deine Gehirn nach Geld. Und deine Lymphzwang für die schöne neue Welt. Dein Pär wieder langer Sinterplan. Kommt Fahler mit zur Hölle. Und Robert Koch dreht sich im Klapp. Ja, das, was ihr heute seinem Namen sagt. Ja, doch, den Pärdetopfer aus dem Amt schickt ihn zur Hölle. Ihr großes Ziel ist Terror pur und die verlogene Corona-Diktatur. Kein satanisch-kabalistischer Plan. Fahrt noch mit zur Hölle. Es ist längst Zeit für euch zu gehen. Mit eurem ganzen Scheiß-System. Ihr allesamt fahrt zur Hölle. Ja!